Hey, hier bin ich. Alter! Oh, f*** dich doch. Was ist? Ich bin unter der Map gespawnt. Bist unter der Map gespawnt? Ich bin unter der Map gespawnt mit ner Shotgun in der Hand. Sehr schön. Ja. Oh, ich hab da einfach gleich angeschossen. Interessant. Ja. Wo bist du denn? Ich stehe auch unter der Map. Ach, du stehst in mir. Steh! Baki, shit. Hallo! Warte! Nein, ich bin unter der Lied, verdammt! Nun, bitte, was? Ich bin noch gar nicht da. Ich wär das der einzige überlegte. Sollen wir das irgendwie... Ja, ich bin auch noch da. Bist du auch über der Map? Nein, ja, über der Map. Fick dich! Äh... Äh, wenn wir uns schuldig töten, dann... haben wir... ne... Chance... Warte! 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 Wir sind nicht genug! Aber die Sicht von hier unten ist ziemlich geil! Die unten weiterlaufen! Äh, ja starten wir die Web kurz neu oder... oder wie? Bitte! Wir könnten uns nämlich nicht gegenseitig töten! Einer überlebt immer! Okay, starte sie neu! Verdammt doch, Mann! Brinzett! Ich hab den Kampf gewonnen! Ähm, ja... Umfrage starten... Kampagne neu starten... Neu-Kampagne starten... Schwierigkeits-Kerrennern... Ja, wenn dann Kampagne neu starten... Ne, dann müssen wir mit dem Hauptmenü zurück, sonst starten wir die komplette Kampagne neu. Nein! Ich würde sagen... Doch! Warum? Weil wir sonst wieder bei der ersten Map anfangen! Was die... Wie ist... Komplett... Ja, nein! Wir gehen um ins Haupt... Ins Hauptmenü zurück und starten dann ab der zweiten... Aber dann kriegen wir die Errungenschaft nicht! Ah! Es gibt keine Errungenschaft für diese... Das ist eine Kampagne! Ja, dann ist es wurscht! Dann ist es wurscht! Starten! Okay, also gut, dann... Unterbrechen wir die Aufnahme-Session! Bis gleich! Bis gleich! Servus, Leute! Schaut schon mal... Wieder zurück... Zu... Der Map... Wie heißt die? Irgendwas Tempel? Ja, mal, äh... Kamil... Kuh-Tempel... Keine Ahnung... Ja, äh... Ja, äh... Ja, äh... Ja, äh... Jetzt ohne Bugs! Die Spanner-Farbe-Matze nicht im Untergrund... Tja... Nicht mal nur Rock an, da ist es echt langweilig... Ja... Vorher war er an Brand-Munition und Laser und jetzt ist da gar nichts mehr... Mann, du seid ihr rumgespackt! Ich hab mein Katana wieder... Ich hab mein Katana wieder... Stopp! Yippieiei... Schweinebacke! So wie gesagt, ich hab mich noch nicht einmal geheilt... Muss man dazu sagen... Ich hab noch kein einziges Medikit verbraucht... Wahrscheinlich genau deswegen... Äh... Nein, auch in den ersten zwei Maps hab ich ja noch keins verbraucht gehabt... Ich muss dazu sagen, wir starten immer, wenn er mazelleben verliert, die Map neu... Nicht was... Jawohl, hab ich dann am Ende der Map... Äh... Weniger als 100 Live und wir machen trotzdem weiter... Äh... Schaut aber nicht so gesund aus... Glaub ich, hier geht's weiter... Charger? Wo? Ey, lass mich zurück... Charger! Charger, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Hilfe! Hilfe! Wie geht's denn da lang? Wo? Tank! Leute, was seid ihr? Am Tank! Immer Fabi! Ah! Ach, hier, durch! Jetzt! Also, ich bin hier! Ja, müsste jetzt mit dem Tank... Loll! Der Hunter geht auf den Tank! Ja, ist doch cool! Was? Was? Scheiße! Loll, Tatsache! Wie cool ist das denn? Wie cool war das denn? Der ist mindestens genauso hässlich. Hat sich... Ich muss mal kurz nachladen... Äh... Gelohnt! Oh! Oh! Irgendwo ist ein Schocky... Alter, auf mir ist ein Schocky! Leute! Leute! Au! Dumm ist Misty! Mann! Ja, allerdings! Dankeschön! Ich kann... Keine Ahnung, wo die Herkamen... Der kann wahrscheinlich... ... die Flügel nicht sehen! Wett sich! Aha! Warum schießt es auf mich? 400... Ist mir das aber klar, wieso... ... das... ... eine Tempel-Map ist. Ich wollte einen Treib schießen. Oh! Aber schon echt... ... echt verdammt geil gemacht! Ja! Ja! Ist schon ganz annehmbar! Wo ich glaube ich... ...durch den Regen... ... ein paar Fram-Einbrücher! Ich... ... jetzt nicht so! Ja! 30er... ... aber... ... ist es sonst nicht höher... ... wie 30! Kommt ganz auf Raps aus... ... wie es gerade Lust hat! Wenn wir standardmäßig 30... ... die ganze Zeit... ... da ist Munition... ... wer braucht Muni? ... aber Muni auffüllen... ... Freunde! Tata! 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 ... voll gegen die Absperrung laufen! Warum schießt du auf mich du? ... ... leider! ... kleiner, mieser! Ich muss es dem Charter nachmachen... ... so die Frau einfach erlegen! 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 Ah ja ja ja! Erdächtig! Hm! Ich... ich... ... Stuckro... Nein! Ach wie cool! ... ... wenn man auf die... ... Glocken schießt! Ja da hängt ein Gong an der... ... an der... ... an der... ... an den... 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 ... okay! ... und Fabio hast die Meute aufgewiegelt! ... was hast du getan?! ... was hast du getan?! ... ... ich glaube wenn man auf die Glocke schießt... ... ich glaube wenn man auf die Glocke schießt... ... eine Meute! ... ... oh... ... ich habe auch ein paar Mal drauf geschossen! ... ... ... zweimal! ... ... hier ist eine Witch irgendwo! ... 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 wir haben wir waren boomer und später da waren es bitte verpässt dich scheiß so wie viel ich könnte mich auch mal heilen ist wohl wahr meine freunde auch munition sehr cool und die oder shotgun money naja mir geht es gar nicht auch langsam aber sicher aus hier oben ist munition ich eile durch das gestrick muss man zurecht stürzen hier und molotov und noch molotov dann liegt noch molly rum und hier ist ein lagerfeuer da können wir uns mal kurz aufwärmen und du hast dich heute aufgewiegelt ja rein tappen macht schaden manu ja jetzt ist mir wenigstens warm ums jetzt ja genau weiter ganz sicher mehr ob du wohl aufhören ja ich bin nicht durch aber das lustige ist die zunis brennt unten auch noch muss oder irgendwas aktivieren aber da gibt es keinen stopp um doch ich hab's schon aktiviert ja wohl war ich kann nichts mehr drücken wo ist munich die war draußen und neid zumal her und kosten das habe ich ja genommen oh stimmt ja ja so verpeilt auft ist er worden das erinnert mich an abhängig neid feier heißt es ja ja was meinst du es verschiefert die vor wo 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 schieb vor da kein kommentar und wer ist da schon wieder ne ich soll was war sehr unaufhängig das wort ist er hat so schlecht wollen so wenig leben hast ich habe 55 leben als würde ich rauskommen mann da war noch fährt noch eine Runde ja ich finde das so toll einfach wo ist Brandmunition wo 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 ist Brandmunition zack molly weg wer ist mein midi pack gepolt äh fabi ich habe das für eine Brandmunition kurz hingelegt ja der kleine asoziale ja mein molly du sack ja ich bin ein kleiner Pole ich weiß ja du holst alles weg ja ich mag Schweine warte auf hier auf hier auf hier vor allem Bacon ha schwul ah ok ich glaube es wird mich doch mal heilen mit drei Leitungen dann noch nicht so habt ihr geschlecht mit dem Hunter oh hallo ähm cool so mein midi pack verpiss dich das mein so biert warte wo seid ihr lang warte ich komm noch mal zurück warte ich komm noch mal zurück pillen für dich naja hier da fahr wie bevor es irgendjemand anders gibt ha 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 lecker Tabletten wär nicht so dass irgendwer nötig hätte und so ja alter wow äh neben mir ist die Tür aufgegangen neben mir ist die Tür aufgegangen und ich bin mitten mehr oder weniger im molly und von Zombies umzingelt ahhh brennt ihr Schweine und ich brenne oh oh was für ein Wechselwifter mollys das ist ne gute Frage nicht ich ja warte du idiot ich habe auch keine ja du hast jetzt keine vier wohl wahr ich hatte zwei nacht oh oh ja alter ich habe mich gar nicht geheilt danke irgendjemand hat mich mit Brandmoni angeballert Ja zum Glück Er ist tot er ist tot das ist nicht sein einziger bitter der der hier drauf einfällt oder Du ist schwarz und lustig lustig oder oder gelb egal durch da ja ich hatte nur noch einundzwanzig bleibt aber aber egal oh leute ja wir sind sicher fürs erste gepasst er ist fressen auf die fette kann doch gar nicht das ist absolut egal für die jäger bis jetzt die gruppe verlassen dass du mit jäger nummer eins bist wurde ich kein stück weil du der einzige wasser auf sich eingeballert hat als du dauernd gegangen wird stück Nummer 1. Das ist ein wundervolles Stück.